Ein ganz herzliches Grüß Gott und Willkommen aus Wien. Mein Name ist Alexander Kolin und das ist Kingbill. Die Firma Kingbill ist ein Softwarehaus, das sich seit über 16 Jahren mit allen unternehmerischen Fragen rund um die Rechnung beschäftigt. Wir von Kingbill sind familiär, strukturiert, zukunftsorientiert und ganz anders. Meine Vision ist und war es immer, einen Arbeitsplatz zu schaffen für Mitarbeiter, damit sie sich echt wohlfühlen am Arbeitsplatz. Weil diese positive Schwingung des familiären Zusammenarbeitens spürt und fühlt und hört der Kunde, wenn er anruft. Eine Software wird strukturiert aufgebaut. Genauso strukturiert muss eine Firma geführt werden. Denn Struktur bietet den Mitarbeitern Sicherheit. Wir denken nicht nur zukunftsorientiert, wir leben auch so. Wir schauen ganz genau auf die Herausforderungen in der Zukunft und können dadurch unsere wie auch die Prozesse der Kunden optimieren. Das Besondere an dieser Firma ist, dass wir alle Abteilungen wie Kundensupport, Verkauf, Administration, aber auch die Entwicklung in diesem Haus hier vereinen. Und das ergibt für unsere Kunden ganz kurze Kommunikations- und Entscheidungswege. Wir sehen uns beim nächsten Mal.